1 Nuklear, Bravo, NB 0626. Boah, was ist das los? 1 Nukleare Detonation, radioaktiver Niederschlag im Umkreis von 12 Kilometern. Epizentrum bei NB 06268-0. Sokortige Evakuierung der Männer innerhalb der Kernzone angeordnet. Kontaminationszentren werden eingerichtet und sind innerhalb von 2 Stunden voll einsatzbereit. Das Personal wird angewiesen, den IM3-A-D-E-Dosigungs-Everprüfen und den Bereich der Strahlungskontaminierung messen. Personen mit Städten werden aufgefordert, sich schnellstmöglich unter der Vizepräsidentin zu begeben. Okay. Boom. Boom. Eine Atombombe. Oh. 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 Was ist K.I.A.? Keine Angaben... Ok, ich bin wieder hier. Da ist Kameras, man. Na los. Uiihihihihihihihist.. Wie seks. Keine Ahnung. Spiel mal Schach. Das ist ein Schachbrett. So. Kann man hier mit Licht machen? Nachtsichtgerät habe ich jetzt nicht. Was ist denn da oben los? Die Ultranationalisten, sie töten die Dorfbewohner. Aber nicht mehr lange. Oh nein, nicht mehr lange, nein, nein. Granata! Hallo! Die sind sauer, weil ich den so humiliated habe. Man schießt gleich auf mich. Ich mag keine Hunde, keine fiesen Hunde. Nette Hunde mag ich, ich habe keine fiesen. Bist du ein Feind? Ja, ihr seid alle Feinde. Ihr seid alle Feinde des britischen Staates. Hö! Was soll ich mit der Waffe? Die ist doch kacke. Die ist besser. Glaube ich. Ich bin kein Waffenexperte, aber ich glaube schon. Hykonate! Du hast die Luftunterstützung für das Gebäude da. Wah! Drücken Sie L. Hm. Ich glaube, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, aber... Hm. 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 Ich mache mal weiter, mal sehen, was passiert. Ach, mit der Waffe kann ich nicht arbeiten. Vielleicht habe ich vielleicht eine andere. Was ist das für eine? Ich laufe mal weiter nach vorne. Ach, ne. Ach, ne. Wie denn? Köter. Geh weg! Dann spiel mit deinem Herrchen. Oh, er ist tot. Okay. Dann spiel nicht mit mir, sondern mit einem anderen Herrchen. Ah! Ah! Kacke. Kacke. Jesus Christus. Ach, kacke. Hm. Die genauer ging nach hinten los. Und die geht wahrscheinlich auch wieder nach hinten los, oder? Ah! Okay, hier bin ich wieder. Gut. Muss man jetzt zu fahren. Und jetzt geht weiter. Ja, ja, ja. Sie wissen auch, dass es weiter geht, ne? Wo sind 2.5 hier? Wir sind angriffsbereit und erwarten weitere Anweisungen. Ja. In einem Haus. Das versteht sich nicht mehr. Das versteht sich nicht mehr. Das versteht sich nicht mehr. Moment, ich strebe mal schnell die Lautstärke aus von dem Spiel. Oh, ich schütze mich laut. Dann mache ich es noch lauter. Okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich geh ganz gut an. Moment. Okay, herzig. Jetzt bin ich da. Jetzt geht weiter. Ey, hier. Oh. Ich liebe gleich. Ich hab' ich nicht so von Waffen. Ich hab' die Waffe. Ich hab' die Waffe. Ich hab' das nicht mehr Kau, oder was? Scheint so, ja. die 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 schweig SMG ich habe gelesen vorhin, wo ich sie aufgenommen habe, aber egal wie spät ist es? 10 nach 10 cool was ist das? Fanpost oder was? mparrarrarrarrarr das ist ein vorletzten Buchstaben, kann ich nicht erkennen, ist es ein Foul oder was? na, keine Ahnung Ktaan 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 Rackkordab Egal eh, da liegt eine Waffe Wir haben Bier Ja Bier Ja Ok Minigutsi Ich glaube, damit kann ich ein Femme jetzt so ein bisschen Hach 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 Und ich sehe jetzt mal einen zweiten Stock glaube ich und irgendeine Stock Oh Boom headshot Der ist tot! Alter, wie geht's nicht so weit? Besser werde ich mir wahrscheinlich taunen, taunen, anfangen Aber es ist ziemlich schön wie hier Helle Ja, das ist aber gut hier Geh doch weg! So, noch einer down Warte Da ist noch einer Oh mein Gott, ich hab die Schuss hier Lipp Hier ist noch einer Okay Schau, schau! Waaah! Wofür haben wir denn das? Ich hab euch gebeten geladen Verpiss euch noch mein Punktstück! Achtung! Granate! Ne, ganz sicher mit Verbindung! Ach, komm! Na komm! Steh dich auf! Ach! Aber die Granate hätte ich nicht sparen können Ja! So, bis jetzt tot endlich! Nein, immer noch nicht! Jetzt geh ich ab in den Nahkampf Muss ich eh, jetzt hab ich eh nur noch einen Shot bekommen Ah, okay Selbst wie... Früher Selbst wie früher sind wir sollen Nein! 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 So, ist das endlich? Ruhe! Nein! Es war dumm von dir! Nicht in den, äh... In das offene Feld gehen! Nicht wahr? Nicht wahr? P-V-T-Fladimir! Friss nicht! Gats! Sind Stalker, die sind immer da wo ich bin! Ah! Zack, 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 zack! Ne, ich geh jetzt mal runter Und schau, ob da noch ein paar Feinde rumlauern Und schau, ob da noch ein paar Feinde rumlauern Wie zum Beispiel der hier Wie zum Beispiel der hier Ah! Oder doch... Neee... Geht's weg Ich glaube, ich soll mich gar nicht... Nein! Lass uns schneller nach! Nimm dich flüssig... Hallo! Fähne, her! Messer stehe ich von hinten! So, so ist meine Harte, eigentlich werde ich doch erwischen. Da hast du vielleicht vorhin noch nie zu stoppen. Kann das sein, du Verräter? Hallo, ich seh dich. Achso, du bist nur da, ist okay. Ich muss eben auch laden, da ist was du Glück gehabt. Okay, das Haus hält für mich unsicher. Ist da noch irgendeiner? Mal schauen. Nein, es ist Saar, es ist Saar. Warte. Baller, baller, baller. Nee, da hinten sind doch keine, oder? Wo sind sie da im Wald? Hohe Entfrieden! Ja, er versteckt sich hinterher in Grazstellen. Das ist nicht mein Schenden. Ach, ich muss mal die Ziele verfolgen. Sag bloß, die sind in der Köde. Und in der Kapelle oder was auch immer. ста muss was für mich beim Erinnern. Oh Gott segne euch, ä ein fernseher echt geil was da läuft das ist Sponsprobs Geheimsender ich kümmer dich um beide, ich schau dabei die neue Fernsehsendung weiss, gelb, blau, grün, violett